Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Bundeskanzler, Herr Vizekanzler, Herr Minister, werte Kollegen, vor allem liebe Zuhörer und Zuschauer vor den Bildschirmen und hier auch auf der Galerie. Ich muss vielleicht beim Kollegen Bader beginnen. Ich weiß, dass die Wahrheit im Wertekompass der ÖVP nicht vorkommt. Das haben wir spätestens seit den letzten Enthüllungen des Herrn Strolz erfahren, wie mit der Wahrheit umgegangen wird, aber der Wahrheit gehört die Ehre gegeben. Und daher werden wir das schon nochmal aufrollen, bitte, warum der Herr Bundeskanzler im Zuge der letzten Bundesratssitzung nicht zu uns gekommen ist. Weil er uns eine Zeitvorgabe gemacht hat, dass er um 8 Uhr kommen würde und um 9.15 Uhr den Saal verlassen würde. Das heißt, wir haben nicht einmal ausreichend Zeit zur Diskussion und wir bekommen vom Herrn Bundeskanzler die Zeitvorgabe, wann wir hier als Bundesrat zu erscheinen haben. Und nein, Herr Kollege Bader, das geht so wirklich nicht. Und wenn Sie sagen, wenn Sie sagen, Herr Kollege Bader, der Herr Kurz hat Österreich nach vorne gebracht, ja vielleicht die gleichnamige Zeitung, ja und das hat ja auch einiges gekostet, ja aber Österreich hat eine Talsohle beschritten durch den Skandal, den dieser Herr Kurz mit seinem türkisen System angerichtet hat, das seinesgleichen sucht. Wir sind auf einen Tiefpunkt in unserer Gesellschaft gelandet durch diesen Herrn Kurz. Und auch das Einzige, was demokratiepolitisch bedenklich ist, das ist nicht die freiheitliche Partei Österreichs, nein, das sind die Abgründe des türkisen ÖVP-Systems. Und da lieferte ja die Frau Kollegin Gittstahl, jetzt hat sie leider nicht im Saal, heute wieder einmal den besten Beweis dafür, dass die Amnesie und Realitätsverweigerung in der ÖVP grenzenlos ist. Da hat die Moral einen absoluten Tiefpunkt erreicht und sie geht heute her und bedankt sich beim Herrn Kurz, dass er zurückgetreten ist. Ja, was hätten die türkise Kameriller noch aufführen müssen, dass es gerechtfertigt wäre, endlich den Posten zu räumen? Und Herr Bundeskanzler, wenn Sie heute von einem Krisensicherheitsgesetz sprechen, ja, das braucht Österreich wirklich. Aber ein Bedrohungsszenario haben Sie dabei vergessen. Und das ist das Bedrohungsszenario für Österreich durch diese türkise ÖVP und durch diese Bundesregierung. Denn das wäre notwendig, um unsere Bevölkerung vor dieser Koalition zu schützen, die uns ständig von einer Krise in die andere führt. Hier würden wir wirklich einen effektiven Schutz brauchen. Denn was dieser türkise Sumpf in den letzten Wochen und Monaten zutage gefördert hat, das ist an Überbärmlichkeiten nicht zu überbieten und macht nur noch fassungslos. Da hat sich vor Jahren eine Truppe mit einem Heilspringer mit Allmachtsfantasien formiert, sich ein türkises Mäntel hinübergestülpt und damit angefangen, Kaufhaus Österreich zu spülen. Übrigens namensgebend für einen späteren Rohrkrepierer. Nur war es kein Spiel, sondern absolute Realität und System. Man kauft Medien, man kauft Meinungsumfragen, verleiht dem Postenschacher eine noch nie dagewesene Dimension, gibt der Kirche Vollgas, schwärzt die Justiz an, missbraucht Steuergeld und inszeniert sich täglich als selbsternannte Gottheit. Und daher hat diese Privatrana-Truppe mit ihrem Messias auch nie vorgehabt, für Österreich zu arbeiten. Sondern das einzig und alleinige Ziel war es, dieses Land und seine Menschen in Geiselhaft zu nehmen. Machtrausch, Käuflichkeit, Lügen, Abhängigkeit, Verschleierung und Manipulation. Sind das politische Tagesgeschäft dieser türkisen Pussi-Pussi-Familie, die ja sogar die ehrenwerte Gesellschaft in unserem südlichen Nachbarland Italien blass aussehen lässt. Das ist das Sittenbild der neuen Volkspartei, dieses türkise System. Und dieses türkise System, ja, das wird ja vertreten, normalerweise von den Damen und Herren links und rechts neben mir. Heute sind sie etwas reduziert auf der sogenannten Regierungsbank. Wobei das keine Regierungsbank ist, sondern eine Bank des Versagens. Eine Bank des Versagens, wenn es um Moral und Anstand geht. Eine Bank des Versagens, wenn es um Respekt vor dem Rechtsstaat geht. Und vor allem eine Bank des Versagens, wenn es um die Menschen geht, wenn es um die Arbeit für die Menschen geht, in türkiser Doktrin, wenn es um den Böbel geht. Und meine Damen und Herren, das betrifft ja nicht nur die Türkisen, nein, das betrifft ja auch den grünen Appendix. Denn jene Grünen, die irgendwann einmal unter der Vor- oder Obmannschaft des jetzigen Vizekanzlers plakatiert haben, wen würde der Anstand wählen? Ja, das hätte ich Ihnen damals schon beantworten können. Die Grünen mit Sicherheit nicht. Der Machtrausch, der Sesselkleber, der Steigbügelhalter und die Inkompetenz würden Grün wählen. Letzteres beweist ja nahezu alltäglich der Herr Gesundheitsminister in allen Facetten. Und daher passt ja Türkis und Grün sehr gut zusammen. Das sind nicht zwei Welten. Das ist eine Welt, das ist eine Welt des Überbordwerfens von Prinzipien, eine Welt des Werteverfalls, eine Welt des Raubes von Grund- und Freiheitsrechten, eine Welt der Verbots- und Einschränkungspolitik, eine Welt der Inkompetenz und eine Welt, in der die Zukunft Österreichs den eigenen Parteiinteressen zum Opfer fällt. Stets nach dem Regierungsmotto, koste es, was es wolle. Und von wem wird diese Welt jetzt angeführt? Von einem Kurz-Intimus in Form des neuen Bundeskanzlers, der nicht System-Erneuerer ist, sondern die Rolle des türkisen Systemerhalters in diesem Trauerspiel innehat und eine Impfung mit Sicherheit über die Jahre mehrfach erhalten hat. Und das ist die Impfung mit dem türkisen Serium. Denn heute haben Sie gesagt, wir wollen diesen Weg fortsetzen. Ja, das ist ja nahezu eine Drohung. Die gleiche Drohung, die Sie der Bevölkerung gemacht haben, die nächsten Monate werden für Ungeimpfte schwierig werden. Da bekommt das gleich eine ganz andere Bedeutung. Und weil Sie im Zusammenhang mit Corona immer von den Zögerern und Sauderern sprechen, den einzigen Zögerer und Sauderer, den ich in Österreich kenne, das ist der neue Bundeskanzler, den Sie zögern und saudern, wenn es darum geht, sich von korrupten Machenschaften im türkisen Sumpf zu distanzieren, die unserem ganzen Land das Antlitz einer Bananenrepublik verliehen haben und wo es in keinem anderen demokratischen Land möglich wäre, dass dieselben Regierungsleute im Amt bleiben. Sie haben gezögert und gezaudert, den Ex-Kanzler noch bekannt während der strafrechtlichen Vorwürfe sofort zum Rücktritt aufzufordern. Im Gegenteil, Sie haben noch unterschrieben, dass es ohne Kurz als Kanzler keine Bundesregierung mit Ihnen geben wird. Eben übrigens interessant, dass alle, die das unterschrieben haben, noch immer in Amt und Würden sind und sich wieder eindrucksvoll einmal bewiesen hat, wie hoch die Glaubwürdigkeit dieser neuen ÖVP ist. Und Sie zögern und saudern, wenn es darum geht, Ihre eigenen Abgeordneten zur Raison zu rufen, wenn Sie wiederholt Verwahlattacken auf die Justiz reiten. Ebenso im Gegenteil, Sie unterstützen Sie noch dabei. Wo es dann aber kein Zögern und Saudern gibt, wenn es gilt, dem gefallenen Messias volles Vertrauen auszusprechen und mantraartig die Unschuldsvermutung einzufordern. Jene Unschuldsvermutung, die Sie im Gesundheitsbereich allen gesunden Menschen in Österreich gemeinsam mit Ihrem grünen Freund Mückstein verwehren und alle ungeimpften Menschen einer Pauschalverurteilung zuführen. Und wo es natürlich auch kein Zögern und Saudern gibt, wenn Sie zwei die Bevölkerung in unserem Land vom Privatbereich bis hin zum Berufsalltag mit ständig vollkommen überzogenen Maßnahmen schikanieren und drangsalieren, ohne auf die Evidenz- und Faktenlage Rücksicht zu nehmen. Aber das dürfte wohl den im Raum stehenden Malversationen geschuldet sein. Da muss man jetzt den jungen Juniorpartner und den grünen Appendix etwas gewähren lassen. Ja, schließlich hat sich dieser ja auch einen Bonus für seine Leidensfähigkeit verdient. Da macht man dann schon einmal auch nicht halt vor dem unsäglichen Treiben mit dem 3G am Arbeitsplatz oder dass künftig Antikörpertests keine Gültigkeit mehr haben sollen. Aber genau so, wie diese ins Eck gedrängte ÖVP den Herrn Gesundheitsminister gewähren lässt, genauso wird in Kürze das Nächste auf uns zukommen. Und das werden wir bei der Frau Umweltministerin erleben. Denn die schadet schon in den Startlöchern, um mit ihrer Klimadiktatur die Corona-Verbotspolitik abzulösen. Und die ersten Ausflüsse haben wir ja schon bei dieser sogenannten ökosozialen Steuerreform gesehen. Da geht es nicht um Naturschutz und Klimaschutz mit Hausverstand, sondern da geht es um Bestrafungs- und Belastungsaktionen für die Bevölkerung und im Speziellen natürlich für die Autofahrer. Ein weiterer Anschlag auf die Grund- und Freiheitsrechte der österreichischen Bevölkerung steht also unmittelbar bevor. Und allein der Stopp der Straßenbauprojekte, vor allem der Sicherheitsausbauten, ist ja einen grünen Wahnsinn nicht mehr zu überbieten. Aber auch hier hat das türkise System aufgrund der eigenen Unzulänglichkeiten einst mal Pause ausgerufen und muss sich dezent im Hintergrund halten. Da kann nicht einmal mehr der Finanzminister die Reißleine ziehen, denn der ist ja bei den Machenschaften der türkisen Truppe nicht nur dabei gewesen, sondern der war ja mittendrin. Und das zieht sich durch alle Bereiche und Ressorts. Und daher müssen wir insgesamt leider feststellen, dass wir nicht nur eine allumfassend handlungsunfähige Regierung mit türkisen Majoranetten und grünen Verbotsfetischisten haben, die unser Land den Stillstand ausliefern und zudem täglich nicht wieder gut zu machen, eine Image- und Wirtschaftsschäden für Österreich anrichten. Vom Tourismus möchte ich auch gar nicht sprechen, weil wenn wir hier hören, was die Wintersaison für viele Touristiker bedeuten wird mit ihren Maßnahmen, da möchte ich gar nicht wissen, welche Auswirkungen das für die Menschen in unserem Land haben wird. Wenn Sie eine Funken... Herr Kollege Ofner, ich möchte Sie bitten, zum Ende zu kommen. Sie haben die Redezeit schon überschritten. Ja, Frau Kollegin, auch Sie darf ich darauf aufmerksam machen. Sie wissen als Präsidentin, wie es mit der Redezeit entsprechend bestellt ist und dass das eine freiwillige Redezeit ist. Das habe ich einem Kollegen das vorige Mal gesagt. Bitte das auch so zur Kenntnis zu nehmen. Wenn Sie eine Funken... Applaus Man hat sich trotzdem auf eine Redezeit, hat man vereinbart. Aber bitte kommen Sie jetzt einfach zum Schluss. Danke. Wenn Sie einen Funkenanstand hätten, geschätzte Mitglieder dieser Regierung, dann würden Sie zu Ihrem abgegebenen Versprechen stehen und als Minister mit allen Ihren Kollegen wie schriftlich versprochen, ausnahmslos Ihren Rücktritt erklären. Österreich würde das auf jeden Fall gut tun. Aber ich weiß, darum geht es Ihnen nicht. Applaus Also, ich weiß, die notwendigenunsربorien. Das war nicht. Und ich weiß, was ich das ist wie möglich. Und ich weiß, was ich nicht.